Hallo, hier ist der Martin von MoneyBankies, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, diesmal Mittwoch, tatsächlich den 21.10.2020. Und unser DAX, der ist hier ganz schön auf 12.37 rumgetornt auf der Marke des gestrigen Tagestiefs. Und das sieht wackelig aus, ist aber auch nicht wirklich runtergefallen. Also da musst du mal ein bisschen Blick behalten jetzt, wie der Kollege damit umgeht. Ich glaube, so viel brauchen wir heute gar nicht besprechen. Ich würde jetzt erstmal prinzipiell denken, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dass wir das jetzt einfach nur noch später bekommen, dass wir hier jetzt noch den Dip runterkriegen. Und er würde sich quasi mit unterbieten der 12.7, 12.7, 30, dann eben den Bereich von 12.7. Boah, das ist ganz schön kleinteilig. Sehe ich gerade, das passt jetzt hier auf den Timeframe eigentlich gar nicht, über eine 12.700 zu sprechen. Aber 12.700, 12.6, 5.90 wäre tatsächlich schon so ein erster kleiner Widerstand, beziehungsweise eine Unterstützung, als es von oben kommt. Darunter hätte dann natürlich Platz bis 12.6, 40 und wieder an die 12.600 dran halt. Also das ist dann tatsächlich so ein bisschen primär das, wo ich auch hinzielen würde. Gar nicht vielleicht so die 12.710, 12.6, 5.90. Dort ist letztendlich nur noch ein offenes Gap. Oh, jetzt fragen Sie mich mal, woher kommt denn das Gap? Haben wir doch schon geschlossen, oder? Die 12.710 haben wir schon geschlossen. Das Gap ist gar nicht mehr offen, genau. Trotzdem ist es, also die 6.95 ist auf jeden Fall noch eine Unterstützung und auch die 12.710 wird die Unterstützung bleiben. Es ist noch kein offenes Gap mehr. 12.710, 12.6, 5.90, trotzdem erste Anlaufstelle von oben. Ich würde aber eher denken, dass wir vielleicht sogar darunter öffnen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der DAX darunter öffnet und sich zur 12.640, 12.6 Sonat runterschiebt. Und dann muss er gucken, wie weit kommt er halt. Wir haben hier unten so kleine Pufferzönchen. 12.570, 12.550 und die 12.530 auch weiterhin interessant. Denken Sie an die ganzen Longs, die hier gekauft wurden. Da sind ganz viele in dem Bereich hier noch mit Stop Loss. Ich bin mir nicht sicher, dass die schon alle im Gewinn ausgelöst haben, weil die wahrscheinlich eher Richtung sowas hier gezielt haben. Muss man mal gucken. Also da liegt auch noch ein bisschen Fresschen, was sich der Markt holen könnte. Von daher zum Bereich um 12.530 bis 12.15 wäre dann hier so im ersten Lauf für einen Mittwoch völlig legitim. Ja, das wäre okay. Ansonsten 600 ist aber ich würde also ich würde die 600 ernst nehmen. Ja, die 710, 695, das ist auch freilich eine wichtige Marke. Ich würde aber eher dann 640, eher, eher wirklich im Bereich um 600 bis 75 dann als relevant anziehen. Fällt der Markt bis darunter, weil er zum Beispiel unter 695 zum Beispiel eröffnet, hätte er hier auch gute Chancen, sich nochmal ein bisschen zu stabilisieren. Weil das hat der Markt wirklich häufig gezeigt, dass er immer ein bisschen hochkommt. Und ansonsten eben mal den Bereich um 530.15 einplanen. Das wäre soweit meine Erwartungshaltung zum Mittwoch. Sollte natürlich stärker abschmieren, die Punkte, die unten sind, unten alle klar. Da haben wir jetzt die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, das verändert sich ja nicht, ziehen wir einfach nur mit. Und sie haben es dann gesehen und gehört, hier unten die 200-Tage-Linie, das wäre eben so Eskalationsziel mit jeder, mit jedem, mit jeder Unterstützung, die der DAX hier nach unten rausnimmt. Stück für Stück wird er sich dann einfach weiter runterarbeiten können, aber dafür muss er erst mal anfangen. Oben hatten wir gesagt, zum Dienstag, dass die 12.8.40, 12.8.45 hier Unterstützungs, Widerstand sein sollte, von unten kommt. Die hat er genommen, hat sich von dort runter gedreht und vielmehr ist ja gar nicht passiert. Das ist ein sehr ruhiger Handelstag gewesen. Eigentlich brauchen wir da gar nicht mehr drüber sprechen. Da können wir direkt abkürzen. Fokus liegt auf 12.37, bricht die nach unten, legt die entsprechende Potenziale frei, 12.600 und 12.5.30 wären mir hier besonders wichtig. Ja und ansonsten oberhalb wäre natürlich jetzt ein Überbieten von nicht mehr 12.900 relevant, sondern tatsächlich jetzt 12.8.60, 12.8.70. Geht er darüber, wäre das ein kleines vorzeitiges Kontersignal Richtung dann wieder 13.000. Ja, also der Bereich um 12.8.70, 12.8.60, der ist oben jetzt so ein bisschen ja schon eine kleine also es ist auf jeden Fall eine Widerstandszone, wenn wir von unten reinlaufen, aber es ist dann tatsächlich auch sogar schon ein kleiner Long Trigger. Das darf man durchaus so schön werten. Da könnte man vielleicht sogar noch einen Pfeil runterziehen und dann würde ich hier aber auch echt zumachen. Nehmen wir jetzt einfach mal die Kiste weg hier. Dann geht der Daxi oben raus. Macht er sich Platz frei. Jo, das ist soweit von der Seite in Tagesschacht. Können wir auch glaube ich nicht gucken, denn Kerze dürfte man kaum sehen, so klein wie er war. Und ist auch wirklich so cool. Die versteckt sich komplett, die Kerze versteckt sich komplett hinter unserem Short Trigger. Der ist damit auch noch nicht aktiv, ne, liegt hier noch ein bisschen rum, ist nicht nach unten gezündet. Da gucken wir mal, warten wir mal ab, was jetzt so kommt zum Mittwoch. Setz den Dienstag fort, können wir sich hier unten ein bisschen rausarbeiten, auch im Bereich um 12.30 Uhr. Außer auf dem Tagesschart wäre er durchaus an einem Tag dann schon erreichbar in dem Moment, wo er losrennt. Und eben hier zu einer Taglinie, das wäre schon so ein, das wäre schon noch so ein Highlight vor der Wahl, ähm, das wäre schon nochmal ein Highlight vor der Wahl. Punkt. Ja, was anderes kann man dazu gar nicht sagen. Können wir nämlich durchaus vorstellen, dass der Dax vielleicht an so einem Bereich dann hier vor der Wahl einfach nochmal ein paar Tage vorher einfach draufhämmert und dann wie ein Gestörter wieder zurückrennt. Das wäre typisch für einen Dax einfach. Das wäre so richtig behindert. Da klatschen wieder alle in die Hände und sagen sich, was ist das nur für ein Mistvieh, wie manipuliert ist der Markt und so weiter und so fort. Das wäre wirklich traumhaft, ideal, formschön, typisch für den Dax. Ja, da müssen wir mal gucken. Noch tut er sich sehr schwer, das umzulegen. Wir liegen jetzt schon am vierten Tag am Short-Trigger. Kriegt nicht umgelegt nach unten. Im kurzfristigen Bereich sicherlich die 12,37 dafür auch maßgeblich, um das ein bisschen nach unten zu aktivieren. So, und mehr kann ich Ihnen gar nicht erzählen, von daher können wir das Video hier heute recht kurz fassen. Ja, Punkt. Affe, ja, ne, Türe zu, Affe tot oder wie heißt das schön. Von daher, mach mal hier aus. Ich wünsche Ihnen gutes Gelegenen, viel Erfolg und wir hören uns bis morgen wieder. Bis dahin, ciao.